Hallo zurück zu Dark Souls 3 und zu einem neuen Tutorial. Heute will ich euch mal zeigen wo ihr den goldenen Schlangenring findet. Und zwar startet ihr am ersten Leuchtfeuer in der Hauptstadt, in der gottlosen Hauptstadt, bis ihr hier seid. So dann zeige ich euch mal den Weg. Ist ein tricky zu finden, aber dafür bin ich ja da. Das war jetzt nicht geplant. Ich schau hier hoch. Blöden Spinder. Das sind nicht mehr Nerven. So, dann seid ihr hier auf dem Dach. Läuft hier rum. Dann hier die Treppe hoch, bis ihr auf dem oberen Teil von dem Dach angekommen seid. Und dann gibt es da eine Mauer. Gibt es da so ein Fenster, wo man reinspringen kann. Schauen wir mal, wo wir da gleich reinkommen. Genau, dann sind wir schon drin. So, gehen wir hier hoch. Ich brauche dann übrigens den alten Zellenschlüssel. Den müsst ihr vorher noch finden, sonst geht das nicht. Und hier gibt es den goldenen Schlangenring. Genau, das war es dann auch schon wieder mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Es gibt natürlich auch wieder weitere Tutorials demnächst. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi. Ciao, ich bin ja. Ich bezü Ak Telusk cm.